Eckball würde mich wundern, würde mich nicht wundern, wenn jetzt das vierte Tor fallen würde. Wieder schießt der Fritz Walter, schießt die Ecke mit dem rechten Fuß, abgebildet, Tor! Tor! Tor für Deutschland! Tor für Deutschland! Ottmar Walter! Ottmar Walter! 4 zu 1 für Deutschland! Ich bin spartlos! Und man sieht tatsächlich, wenn man jetzt so ungefähr die Minen betrachtet, soweit man sich aus dieser Distanz erkennen kann, dass unsere Spieler bereits resigniert. Es scheint ja fast so, also ich will, also lassen wir das, lassen wir das. Also der Happel hat jetzt direkt einen Ball noch einmal den Deutschen vorgelegt. Was ist denn los heute? Wagner zu Probst, Probst nach vorne zu Körner 2 und der Körner 2 versucht einen Trick. Der Trick mislinkt, Körner 2 zu Steuersball, der Steuersball ein Haken trieft, Körner 2, der ist frei, ein Haken. Noch einmal hinüber zu Probst, Probst schießt und schee, hault ins Gras. Hault ins Gras, ganz abgesehen davon hätte Körner 2 längst schießen müssen, ganz abgesehen davon hätte Steuersball schießen müssen. Aber Geschwindigkeit ist, wie uns die Deutschen heute vorzeigen, keine Hexerei, aber wir sind zu langsam. Steuersball am Ball will einsetzen den Probst, aber der Probst ist ja bei Liebrich sowas von aufgehoben. Also als wäre er ein Wickelkind und der Liebrich seine Mutter. Das war ungewöhn poster. Und das war erfreulich, aber das wäre ein Wickelgross. Vielen Dank.